So nicht. Ja, nimm. Okay, nimm, nimm, den bediene ich, die zwei bediene ich auch noch und dann letzte Runde. Da habe ich ja in einem relativ kurzen Zeitraum gut Geld gemacht. Gut. Dafür fehlt Wasser, dafür fehlt ein Fass. Okay. Gut, ich hätte gerne, Ale kommt da ja nicht hin. Da kommt quasi Porridge rein. Warte mal, ich hole erstmal Wasser. Ich brauche erstmal Wasser. Mal die Tische einmal abwischen. So, ich sollte X drücken. Benutze XP, um Verbesserungen für deinen Charakter freizustalten. Verdiene XP durch das Abschließen von Bestellungen und Quests. Aufräumen. Halte deine Taverne in Schuss. Geschwindigkeit beim Saubermachen. 100%. Okay. Falschen. Besseres Falschen. Einkaufspreis. Verkaufspreis. Profit durch Falschen. Herstellung. Fabrikationsstil und Form. Arbeitsgeschwindigkeit. Landwirtschaft. Erziele eine schnellere Ausbeute. Werde ein besserer Gastwirt. Ich habe 18 XP. Ah, okay. Landwirtschaft ist sehr schließlich. Also mir ist das gerade wichtig. So, kann ich noch irgendwas leveln? Wahrscheinlich schon. Komm, forschen wir mal das Lagerbier noch. Kann ich sonst noch irgendein Lebensmittel? Ja gut, lassen wir es erst mal so. So, Zeit für ein bisschen Landwirtschaft. Machen wir das mal hier vorne. Kann ich hier nicht? Huh. Ah okay, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir das sparen können, die Sachen zu kaufen. Ja, jetzt habe ich die Wiese zurückgegraben, okay. Gut zu wissen. So, jetzt brauche ich dann höchstwahrscheinlich die Kupferhacke. Ah, hallo? So, Belohnungen, Mais-Samen und Gerstensamen, okay. Okay, fangen wir doch mal an mit Gerste, denn die weiß ich, die brauche ich. Mit der Zeit werden die Pflanzen über drei Stadien auswachsen. Sobald die Pflanze ausgewachsen ist, ernte sie mit der Sichel. Achso, ja, ich muss das ja alles ein bisschen... So, das hätten wir jetzt. Jetzt habe ich aber auch noch Mais bekommen. Das heißt... Ich mache auch noch Platz für Mais. Denn was man hat, das hat man. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, ich muss jetzt noch... Ich muss jetzt noch das Fass an den Zapfhahn bringen. Es wäre doch mal interessant zu gucken... Ach, das mache ich jetzt nicht. Jetzt geht es ja schließlich darum, wieder Geld zu verdienen. Ich könnte doch mal sagen, hier, ich mache... Ich, äh... Achso, warte. Nächster Trend. Und zwar möchte ich gerne... Achso, okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Gut, dann mache ich nichts. Ich dachte jetzt gerade, ich könnte da jetzt Porridge oder mein... Mein eines Bier da irgendwie reinpacken. Und dann... Davon profitieren. Warte mal, muss ich das... Genau, mildes Ale. So. Und bevor ich jetzt aufmache... werde ich mal schnell hier noch... Nicht genug Zutaten. Da fehlt jetzt wieder Wasser. Ich gehe kaputt. Weil... Weil... Na, das kann ja... Kann ja mal arbeiten, während ich hier aufgemacht habe... Aufmachen werde. Was ist das da eigentlich? Ist das Müll? Nö, okay. Ich brauche... So. So. So.